Kommt zum HOPE Camp 2022. Vom 2. bis 7. August in Friedensau bei Magdeburg. Erlebe eine unvergessliche Urlaubswoche mit Freunden und Familie. Dich erwarten Freizeitaktivitäten, Ausflüge und spannende Workshops für Jung und Alt. Abwechslungsreich, inspirierend und erholsam. Für geistliche Impulse sorgen HOPE TV Moderatoren Judith und Sven Fockner. Mehr erfährst du auf hopecamp.de. Melde dich jetzt an. HOPE Camp 2022. Gemeinsam Freizeit gestalten.